So, dann wollen wir mal schauen, dass wir uns hier mit den Seitenstraßen einlassen. Ich glaube, aber es ist egal, in welche Richtung man fährt. Also dieses Hover-Ding haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir irgendwie auf diese Seitenstraßen. Nee, zum Highway will ich nicht. Da vorne ist einer. So, kann ich mich jetzt mit dem prügeln? Ist ja geil. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas bringt. Doch, das bringt was. Jetzt habe ich die Kette. Das ist ja geil. So sah das früher aus. Cool. Oh, 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 oh. Holla. Wie konnte mich die denn jetzt gleich so besiegen? Okay, der lässt mal wieder nur raus. Und hat gerade gesagt, ich komme nicht dran. Sagt mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezial-Treibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörer-Klasse? Ja, das ist einer! Warum? Tada! Scheiße! So, jetzt sind wir wieder bei der Rothaarigen. Scheiße! Okay, also das Ding gibt nicht die Kette. Jetzt kommt der wieder, aber der düst davon. Vielleicht kann ich dem in die Kette reinhauen. Na? War das abgeworfen oder sowas? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Okay, jetzt habe ich die Booster. Na, kommt noch mal jemand zum Bekämpfen? Sie schon wieder. Was mache ich denn mit ihr? Was mache ich denn gegen die? Oh, der ist neu. Ah, du kommst wegen der Nase. Ne, Moment, den hatten wir schon mal. Hey, hey, hey. Shit, der haut mir das Brett vor die Nase. Das war ganz schön schwer jetzt hier. Scheiße, ich bin zu sehr am Straßenrand geblieben. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. So, der haut einem das Öl raus. Ich komme nicht dran. Ich komme doch nicht ran. Was ist denn alles in der Welt soll man denn machen? So, der ist sie. Was gehen wir von ihr? Keine Ahnung. Schauen wir mal. So geil, die alte Strecke, ey. Hier haben wir jetzt gar nichts. Shit, das klappt nicht. Ich komme bei dem nicht ran. Der haut halt sofort das Ding drauf. Wir werden versuchen, sie zu kicken. Scheiße, was ist denn das? Jetzt kommt wieder nur der. Das habe ich noch nicht versucht. Das Hockerchen-Eisen habe ich, glaube ich, noch nicht versucht. Ich glaube, ich bin nicht dran. Der kommt nicht. Der kommt nicht rein. Was soll ich jetzt machen? Dann machen wir raus. Ich glaube, jetzt muss ich mal irgendwie kurz gucken, ob ich irgendwie eine Lösung finde, weil das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Und dann geht es wieder nur auf die Road. Jetzt gucken wir erstmal, was es noch alles gibt. Hier ist noch irgendwie eine Ausfahrt. Das ist Auto. Da ist doch aber nichts mehr drin. Habe Auto. Da habe ich noch irgendwas dabei. Ich habe die komische Kette dabei. Ich hebe mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Den fasse ich nicht mehr. Total hinüber. Fuck, ey. Was ist denn das? Jetzt kann ich nur Sachen durchprobieren. Also weiß ich jetzt echt nicht mehr, was ich da machen soll. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie irgendwas finde, dann muss ich echt mal in der Dings gucken, was kommt hier jetzt? Das ist der komische Wagen. Da gibt es ja auch nichts. Ich kann hier auch irgendwas untersuchen. Was für eine stinkende Scheiße. Scheiße. Das nenne ich Unfallgefahr. Ja, aber ich kann die ja da nicht reinlocken. Für heute hatte ich genug Gewicht heben. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Hä? Jetzt hat er sich einfach von dem Zeug was genommen, oder wie? So ein potentes Zeug sollte ich für die Old Mine Road aufheben. Okay. Vielleicht kann man das irgendjemandem ins Gesicht werfen. Das Ganze müssen wir probieren. Zum Glück gibt es hier nicht so wahnsinnig viele Interaktionspunkte, welche bekloppt werden. Wenn ich die jedes Mal durchprobieren müsste. Schon eher für Anfänger geeignet, das Spiel. Aber scheinbar bin ich selbst dafür zu dämlich. So. Jetzt schmeißen wir dir mal das brüne Zeug ins Gesicht. Die Linie passt doch so schön zu dem Boot. Ja. Das funktioniert mal gar nicht. Wunderbar. Probieren wir mal den nächsten. Irgendeinen kriegen wir damit schon umgehauen. Denn sonst könnte ich das doch hier nicht einsammeln. So. Versuchen wir mal den. Der schmeißt immerhin auch mit so einem Zeug. Also von daher. Scheiße. Auch nichts. Verdammte Angst. Okay, versuchen wir mal unser Glück bei ihm. Haha. Den haben wir. Jetzt muss ich fragen, ob wir damit irgendwas gewonnen haben. Habe ich von ihm nicht die Kette bekommen? Ach nee, der war ja, das war der ganz vom Anfang von der Prügelei, oder? Der Dicke? Scheiße. Das funktioniert nicht. Aber die kommen nicht nochmal, ne? So, wenn man sie einmal besiegt hat, dann sind die auch wirklich raus aus dem Rennen. Klar, die man jetzt, ähm... Ach nee, doch. Höh, kommt doch nochmal. Das hat doch bei dem ganz gut funktioniert. Der hat ein Brett dabei. Dann komme ich nicht mehr an das Brett ran. Also, dem Gift kann ich ihm zwar ordentlich eins rüberhauen, aber ich, äh, komme nicht an sein, an sein komisches Brett ran. Dann benutze ich bei dem mal die Stange. Ja, das sind wir schon andere jetzt hier, oder? Oh, oh, scheiße. Zu sehr in die Seite rein. Na, das ist ein bisschen doof, dass hier die Maus und Tastatur, äh, sich gegenseitig beißen. Also, das ist echt, das ist nicht so, das... Der geile Abschnitt. Also, technisch ist es ganz witzig, aber... Der Rest... Jetzt probieren wir mal die Stange. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Räupt mal zu. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Ja. Scheiße. Okay, also, jetzt muss ich mal... Ich muss jetzt mal eine komplette Lösung reingucken. Es tut mir leid. Aber das ist... Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Warte mal. Vollgaslösung. Vollgaslösung. Ah, jetzt geht's hier los. Wo sind wir dann hier? Erstmal da. Da haben wir was. Tentakelvilla.de. Vollgas. Wo sind wir dann ungefähr? Wir sind... Das haben wir schon gemacht. Äh... Schrockplatz, Panorama. Das haben wir auch schon gemacht. Halb 2, der Hinterhörd und Straßenkämpfe. Straßenkämpfe klingt doch gut. Äh... Old Mine Road. Hier. Die Straßenkämpfe für... Äh... Die Kampfstraße für Biker. Zuerst können wir uns mit dem Ex-Anführer der Polecats Vater Talk unterhalten. Dann beginnen die Kämpfe. Das sind wir... Da sind wir jetzt drei. Mit der rechten Maustaste wechselt man die Waffe. Mit der linken setzt man selbige ein. Wenn man gegen einen Gegner gewinnt, erhält man dessen Waffe, falls man sie noch nicht besitzt. Die Frau von den Walchers mit den knallroten Haaren und der Kettensäge kann man nur mit grünem Dünger schlagen. Ah, okay. Für den schlanken Weißen mit Sonnenbrille und Turbo Booster benötigen wir die Kette, ähm, die wir vom Schwarzen mit Sonnenbrille erhalten. Diesen merkwürdigen Typen auf dem gelben Roboter-Bike, einem K-Fisch, muss man mit dem Brett des korpulenten Burschens schlagen. Und zwar in dem Moment, wenn er gerade nach oben schaut. Wenn wir gegen ihn gewinnen, erhalten wir... Okay, also, ähm... Wir brauchen das grüne Zeug gegen die... mit der Kettensäge. Und... ...schlanken Weißen... ...schlanken Weißen mit Turbo Booster-Kette. Das haben wir doch schon gemacht. Äh, die wir vom Schwarzen mit der Sonnenbrille erhalten. Aber die erledigen wir den, dann steht jetzt hier nicht. Ja, geil. Und wir über die... Ah, nee, K-Fisch mit dem Brett. Vielleicht... Na, warte mal, probieren wir mal. Würde ich ja bitte nicht da immer in der Wand hängen bleiben? Hier fände ich echt einen Übersprung-Option. Ganz cool. Okay, gegen den können wir schon mal nichts machen. Vielleicht kann ich es nochmal versuchen, aber ich kann mir nicht da. So. Also, objektiv betrachtet, muss man schon sagen, das hat auch schon echt krasse Schwächen. Also, das hier ist einfach keine gute Idee. Bei dem ist es egal. Ich will jetzt die Tante mit den roten Haaren nochmal sehen. Da ist er. Und die mit dem grünen Zeug. Okay, aber das habe ich doch schon tausendmal gemacht. So, die Kettensäge. So, und jetzt versuchen wir mal bei dem Typen mit dem Brett die Kettensäge. Wenn der nochmal kommt. Ja, Mann, den will ich nicht. Da komme ich nicht ran. Aber den brauche ich am Ende. Ach. Geht doch. Hahaha. Sehr gut. Sehr gut. Äh, der springt sich in die Luft. Das ist nicht so gut. Probieren wir hier nochmal die Kettensäge. Die Kettensäge ist echt gut. Oh, und jetzt haben wir das Brett. So. Dann probieren wir mal das Brett bei ihm hier. Ha! Jetzt haben die Brillen. Ah, okay. Aber ist das auf der Old Road? Ne, das ist schon auf der Dingsstraße, ne? Auf der... Wie heißt sie denn? Auf der Old Mine Road. Da ist... Da braucht man die Brille. Woanders kann man sie ja scheinbar gar nicht aufsetzen. Und dann gibt es jetzt hier irgendwie eine versteckte Ausfahrt. Das ist echt cool. So, das ist der Highway Exit. Den wollen wir nicht haben. Da ist Höhle. Ha! Cool. Das ist ja geil. So, kommen wir mal durch. Mein Gott, jetzt haben wir die ganzen Waffen hier dabei. Wir müssen hier was machen. Ah, da ist die Rampe. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Da komme ich wohl nicht rein. Eigentum von Ricky Myrens reisender Stuntshow. Na ja, dann haben wir halt wieder ab. Ich sollte hier lieber verschwinden. War hallo. Boah, krass. Boah, krass. Wo ist er hin? Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Den Geist von Ricky Myren, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrens, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Okay. Was war das jetzt? Und wieso dieses Mal? Was mich ein bisschen wundert, ist, dass er nicht einfach durchfährt, sondern dass er hier nochmal hält. Aber hier ist kein Interaktionspunkt. Ich muss in dem Zwischenbild bestimmt irgendwas machen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier das Ding, oder wir können das Ding hier zukleistern. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie mit einer von den Waffen funktioniert. Wollen wir mal nehmen oder so mit? Aber ich glaube, die Waffen werden nur für den Kampf gewesen sein. Ja, jetzt. Nee, nee, das geht anders. Das geht anders. Ich sollte hier lieber verschwinden. Also, er hält hier nochmal an. Kann ich das abmachen? Ach, schau mal eine an. Da macht er diese Leitpunkte hinterherunter. Und dann wissen sie ja nicht mehr, wo sie fahren müssen. Ach, das ist ja cool. Wie geil. Hast rein. Das ist ja cool. Dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Naja, wir sind mal gespannt, ob das Experiment funktioniert, darüber zu springen. Ob das was wird. Oder, ob wir da falsch gewickelt sind. Nee, hier soll es nicht absteigen. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Okay. So geht's. Ah, cool. Sehr geile Sache. Wie gut das aussieht in diesem Remaster. Fantastisch. Ja gut. Würde ich sagen, ist doch ein guter Zeitpunkt, um ja, um eine kleine Pause zu machen. Also, bis denn. Ciao. ganz, bis denn. Und Wooo, Orde, bis denn. Vielen Dank.